Der Fußballprofi Neben mir steht Fußballprofi Dennis Diekmaier. Neben mir steht Zauberkünstler Kevin Königke. Sehr gut Dennis. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Und zwar habe ich vor unserem Treffen eine Vorhersage gemacht. Diese Vorhersage habe ich an dieser Kette und an dieser Klammer. Diese Spielkarte, kann man sehen, ne? Die hänge ich dir jetzt einmal um den Hals, dazu kommen wir später und jetzt habe ich hier Spielkarten dabei, so kann man es am besten sehen, genau, ich habe Spielkarten dabei und ich möchte, dass du jetzt gleich eine Spielkarte nimmst, möchte ich in deiner Entscheidung aber nicht beeinflussen, nein ok, Spaß, nimm mal irgendeine Spielkarte, ich schaue weg. Darf ich sie angucken? Du darfst sie angucken und du darfst sogar auch noch deinen Namen vorne drauf schreiben, ganz groß und deutlich, ich drehe mich weg und danach steckst du den Stift einfach mal kurz weg und zeigst dir die Unterschrift mit der Karte bitte in die Kamera, dass die Kamera das gut einfängt und dann gibst du mir Bescheid, wenn ich mich umdrehen kann. Kannst du hier umdrehen? Ah super, perfekt. Die Karte kommt jetzt sag mal irgendwo stopp, die kommt irgendwo wieder zurück. Stop. Einmal zurücklegen, so pass auf, ich versuche deine Karte jetzt wieder rauszufinden, pass auf. Kannst du einen Zauberspruch? Nein. Irgendeinen, irgendetwas cooles. Da brauch ich meine Tochter eigentlich zu Hilfe. Abracadabra Philippus. Sehr gut, den kann ich noch gar nicht, den nehmen wir. Achtung, 1, 2, 3, deine Karte springt nach oben. War das sie? Nein. Aber schön wärs gewesen, ne? Ja, schön wärs gewesen. Okay, pass auf, Achtung, das war nicht deine Karte, die untere Karte ist auch nicht zufälligerweise deine, ne? Nein. Sehr gut, ich möchte jetzt, dass du langsam die Kette von deinem Hals nimmst und dann die Kette bitte mal in die in die Kamera zeigst, dass man sehen kann. Kann man sehen? Okay, dann kommst du wieder zu mir zurück. Sehr gut, pass auf, Achtung. Achso, das kann ab. Die Kette hält zu fest. Die Kette hält zu fest, genau. Die anderen Karten stecke ich weg. Kann ich richtig so, ne? Genau, festhalten. Genau, sehr gut, pass auf. Eine Karte, ganz kurz, ich erkläre nochmal, eine Karte war die ganze Zeit dran, stimmt das? Ja. Sehr gut, eine Karte hattest du die ganze Zeit um deinen Hals. Ja. Achtung, anderen Karten habe ich weggestückt. Echt auch? Ich nehme die Karte, die Karte kommt weg, die Kette kommt weg. Falte mal selber auf und schau mal nach. Ist das deine Karte gewesen mit deiner Unterschrift? Krass. Nicht schlecht, ne? Zeigst du einmal in die Kamera. Richtig einmal. An mir ist nichts, an mir ist gar nichts. Das ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist nicht schlecht. Und diese Karte darfst du sogar noch behalten, als kleines Geschenk. Die kannst du jetzt erstmal wegstecken. Kontrolliert hier. Ich muss erst mal kontrollieren, ne? Ich glaube ja nicht an sowas hier. Genau, sehr gut. Und jetzt würde ich aber noch gerne einen Schritt weiter gehen. Okay. Und zwar hast du einen Geldschein dabei. Bestimmt. Ja, sehr gut. Ein Stift habe ich. Ein Stift, genau, von mir. Ein Geldschein. Eine Karte habe ich. Und Geldschein. Und Geldschein, super. Die anderen beiden Sachen kannst du wegstecken. Okay. Und den Geldschein hältst du mit der einfach so, am besten offen. Am besten offen. Hältst du den einfach so fest für die Kamera. So. Genau, mit der linken Hand. Super. Genau, einfach so. Mit der rechten Hand habe ich jetzt hier einen weißen Teller. Den gebe ich dir auch einmal. Einmal auf. So bleiben. So. Perfekt bis hier, ne? Ja. Und jetzt habe ich hier Salz dabei. Nicht schwer bis jetzt. Noch nicht, noch nicht. Achtung was er. Das Salz verschwindet jetzt unsichtbar. Achtung. Irre, oder? Machen wir die Hand auf? Das wird schwierig. Ähm, ich... Ja, also bis hierhin, komm mal, Salz ist verschwunden. Bis auf ein paar Krümel ist nicht schlecht, oder? Ja. Okay, äh, das hier ist Magi. Magi. Dennis, Achtung, das hier ist Magi. Aber, bevor du jetzt alles wieder kontrollierst, ich sag dir ganz kurz, das Salz ist nicht ganz verschwunden. Das ist nur unsichtbar geworden. Unsichtbar in der Luft. Ich greife es und werfe es in deinen Schein rein. Hast du irgendwas gespürt? Nein. Gar nichts. Konzentriert dich ein bisschen stärker. Nochmal, Achtung. Jetzt gespürt? Nein. Nein, okay. Das Salz ist unsichtbar in deinem Schein angekommen. Ich nehme den Schein einmal kurz. Unsichtbar, viel, schlecht. Zeigst du einmal. Wenn man das Salz aber nimmt, den Schein nimmt und einrollt und einmal pustet. Puste mal. Achtung, schau genau hin, was passiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schau mal nach, ist das wirklich echtes Salz? Ja, ist echtes Salz. Ja, sehr gut. Das darfst du eigentlich dann auch behalten. Geldschein nehme ich dann. Nein, okay, Spaß. Man muss ja hier kontrollieren, alles erst mal. Was hast du denn heute noch Geldschein klaut? Versuch, was wir. Schau nochmal an den Geldschein, dann da ist auch alles gut und normal. Ja. Den würde ich jetzt am besten mal wieder an deiner Stelle wegstecken, weil ich kenne mich. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlichstes Mitmachen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, es war großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020